Lektion 1. Ich habe ein tolles Restaurant in der Nähe gefunden. Hallo, Anna. Ich habe ein tolles Restaurant in der Nähe gefunden. Es ist nur 10 Minuten von unserem Hotel entfernt. Das ist praktisch, John. Welche Art von Küche servieren Sie? Sie sind auf lokale Gerichte spezialisiert. Wir können traditionelles Essen probieren und die Kultur erleben. Das klingt interessant. Ist das Restaurant für seine guten Kritiken bekannt? Ja, es hat hervorragende Kritiken. Viele Leute haben das Essen und den freundlichen Service gelobt. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren, John. Um wie viel Uhr sollten wir gehen? Wie wäre es, wenn wir gegen 19 Uhr gehen? Es sollte uns genug Zeit geben, um uns zu entspannen und unser Essen zu genießen. Klingt nach einem Plan, John. Wir werden ein schönes Abendessen haben und die lokalen Aromen probieren. Ich freue mich darauf, Anna. Es macht immer Spaß, neue kulinarische Erlebnisse zu entdecken. Einverstanden, John. Ich bin froh, dass wir dieses Restaurant gefunden haben. Es wird ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis sein. Definitiv, John. Machen wir uns bereit, ein köstliches Essen zu genießen, das nur einem kurzen Spaziergang von unserem Hotel entfernt ist. Lektion 2. Ich habe eine Liste mit Filmauswahlen. Hallo, Anna. Ich habe eine Liste mit Filmauswahl. Das sind alles tolle Möglichkeiten. Gibt es bestimmte Gründe, warum du sie dir ansehen möchtest? Hallo, John. Ich freue mich, dass du denkst, dass sie eine gute Wahl sind. Ich habe gehört, dass der erste Film eine faszinierende Handlung hat und sie bis zum Ende raten lässt. Das klingt aufregend, Anna. Ich mag Filme, die mich beschäftigen und die mich immer wieder aufs Neue beschäftigen. Der zweite Film ist ein Klassiker. Es ist bekannt für seine unvergesslichen Aufführungen und seine zeitlose Geschichte. Ich bin ein Fan von klassischen Filmen, Anna. Es ist immer interessant, Filme zu sehen, die den Test der Zeit bestanden haben. Und der dritte Film ist eine Komödie. Ich dachte, es wäre schön, gut zu lachen und die Stimmung aufzuhellen. Das ist eine großartige Idee, Anna. Lachen ist eine wunderbare Art, sich zu entspannen und zu amüsieren. Schießig ist der vierte Film ein herzerwärmendes Drama. Es untersucht Themen wie Liebe, Freundschaft und persönliches Wachstum. Ich schätze Filme, die bedeutungsvolle Themen behandeln, Anna. Es ist inspirierend zu sehen, wie Charaktere persönliche Reisen machen. Das sind also die spezifischen Gründe für die Entscheidungen. Jeder Film bietet etwas einzigartiges und unterhaltsames. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Es ist eine abgerundete Auswahl, die für unterschiedliche Geschmäcker und Stimmungen geeignet ist. Ich freue mich auf unseren Filmabend, John. Es wird ein lustiger und unterhaltsamer Abend. Absolut, Anna. Schnappen wir uns Popcorn und genießen wir gemeinsam diese fantastischen Filme. Lektion 3 Wir sollten uns mit dem neuen Kunden in Verbindung setzen. Hallo, Anna. Wir sollten uns mit dem neuen Kunden in Verbindung setzen und Verhandlungen über einen Vertrag aufnehmen. Hallo, John. Das ist eine tolle Idee. Ich werde mich heute an Sie wenden. Fantastisch. Stellen wir sicher, dass wir unseren besten Vorschlag präsentieren. Absolut. Wir wollen Sie beeindrucken und den Deal sichern. Haben Sie eine Liste mit wichtigen Diskussionspunkten vorbereitet? Ja, habe ich. Wir werden unsere Stärken und einzigartigen Angebote hervorheben. Perfekt. Und vergessen Sie nicht, alle Sonderrabatte zu erwähnen, die wir anbieten können. Guter Punkt. Wir möchten Ihnen ein überzeugendes Angebot unterbreiten. Seien wir zuversichtlich, aber auch offen für Ihre Beiträge und Bedenken. Definitiv. Der Aufbau eines starken Verhältnisses ist bei Verhandlungen unerlässlich. Ich vertraue deinem Verhandlungsgeschick, Anna. Ich weiß, dass du das großartig machen wirst. Danke, John. Ich werde mein Bestes tun, um einen günstigen Vertrag abzuschließen. Auf eine erfolgreiche Verhandlung und eine fruchtbare Partnerschaft. Prost, John. Lasst uns den Deal besiegeln und unseren Erfolg feiern. Absolut, Anna. Auf einen erfolgreichen Verhandlungsprozess. Lektion 4. Wie wäre es mit einem gesunden Frühstück und dann mit der Arbeit? Hallo, Anna. Wie wäre es mit einem gesunden Frühstück und dann mit der Arbeit? Hallo, John. Das klingt nach einem guten Start in den Tag. Ich denke darüber nach, einen köstlichen Avocadotoast zuzubereiten. Was denkst du? Lecker. Avocadotoast klingt perfekt. Ich bin dabei. Großartig. Wir können ein paar geschnittene Tomaten und eine Prise Salz und Pfeffer hinzufügen. Klingt nach einer leckeren Kombination. Es ist eine nahrhafte Art, unseren Tag mit Energie zu versorgen. Und dazu können wir eine Tasse frisch gebrühten Kaffee trinken. Absolut. Ein kleiner Koffeinschub, um unsere Produktivität anzukurbeln. Nach dem Frühstück können wir mit neuer Energie in unsere Arbeit eintauchen. Ich bin bereit, unsere Aufgaben in Angriff zu nehmen und Großes zu erreichen. Prost auf ein gesundes Frühstück und einen produktiven Tag. Prost, John. Lasst uns unseren Körper stärken und unsere Ziele erreichen. Absolut, Anna. Auf einen fantastischen Start in den Tag. Lektion 5 Ist Ihnen aufgefallen, dass Lebensmitteletiketten wichtige Informationen enthalten? Hallo, Anna. Ist Ihnen aufgefallen, dass Lebensmitteletiketten wichtige Informationen wie die Kalorienzahl enthalten? Hallo, John. Ja, es ist hilfreich, den Nährstoffgehalt dessen, was wir essen, zu kennen. Absolut. Es ermöglicht uns, fundierte Entscheidungen über unsere Ernährung zu treffen. Ich überprüfe immer die Kalorienzahl, bevor ich Snacks oder Mahlzeiten kaufe. Es ist eine gute Praxis. Es hilft bei der Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Ernährung. Außerdem ist es interessant zu sehen, wie sich verschiedene Lebensmittel in Bezug auf Kalorien vergleichen lassen. Es kann manchmal überraschend sein. Manche Lebensmittel enthalten mehr Kalorien als erwartet. Das ist wahr. Es ist wichtig, auch auf die Portionsgrößen zu achten. Richtig. Manchmal kann eine kleine Portion einen erheblichen Kaloriengehalt haben. Das Lesen von Lebensmitteletiketten hat mich definitiv bewusster gemacht, was ich esse. Das ist eine positive Veränderung. Bewusstsein ist der erste Schritt zu einem gesünderen Lebensstil. Absolut. Es befähigt uns, fundierte Entscheidungen über unsere Ernährung zu treffen. Prost, gesündere Entscheidungen zu treffen und auf unseren Körper aufzupassen. Prost, John. Lasst uns uns nähren und einen ausgewogenen Lebensstil genießen. Absolut, Anna. Auf eine nahrhafte und erfüllende Reise. Lektion 6. Lasst uns Kontaktinformationen austauschen. Hallo, Anna. Da wir zusammen an diesem Projekt arbeiten, sollten wir Kontaktinformationen austauschen. Hallo, John. Das ist eine tolle Idee. Wir sollten in Verbindung bleiben. Bevorzugen Sie E-Mail oder Telefon als primäres Kommunikationsmittel? Ich fühle mich mit beiden wohl. Lassen Sie uns sowohl E-Mail als auch Telefonnummern austauschen. Perfekt. Ich gebe dir zuerst meine E-Mail, john at e-mail.com. Verstanden, John. Hier ist meine E-Mail, anna at e-mail.com. Großartig. Und für das Telefon ist meine Nummer 123 bis 456 bis 7890. Bekannt, John. Meine Telefonnummer ist 987 bis 654 bis 3210. Fantastisch. Jetzt können wir uns bei Bedarf problemlos gegenseitig erreichen. Kommunikation ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Prost auf reibungslose Teamarbeit und effektive Kommunikation. Prost, Anna. Lasst uns zusammenarbeiten und Großes erreichen. Absolut, John. Auf eine erfolgreiche Partnerschaft. Lektion 7. Es kann schwierig sein, Sport in Ihren vollen Terminkalender zu integrieren. Hallo, Anna. Es kann schwierig sein, Sport in Ihren vollen Terminkalender zu integrieren. Hallo, John. Ich verstehe, aber ich gebe meiner Gesundheit Priorität und mache sie zu einer Priorität. Das ist beeindruckend. Wie schaffst du es, Zeit für Bewegung zu finden? Ich wache etwas früher auf und mache ein kurzes Training, bevor der Tag beginnt. Das ist ein kluger Ansatz. Das gibt einen positiven Ton für den Rest des Tages an. Außerdem versuche ich, körperliche Aktivität in den Pausen oder in der Mittagspause einzubeziehen. Das ist eine tolle Idee. Es hält Sie auch während der Arbeitszeit aktiv. Ich achte auch darauf, meine Trainingseinheiten zu planen und sie als wichtige Termine zu behandeln. Bewegung wie eine Verpflichtung zu behandeln, ist der Schlüssel, um konsequent zu bleiben. Absolut. Es geht darum, kleine Zeitfenster zu finden und das Beste daraus zu machen. Ich bewundere dein Engagement, Anna. Es ist inspirierend. Danke, John. Auf meine Gesundheit zu achten hat für mich Priorität. Prost, Zeit für Bewegung zu finden und fit zu bleiben. Prost, John. Bleiben wir aktiv und führen wir einen gesunden Lebensstil. Absolut, Anna. Auf ein ausgeglichenes und aktives Leben. Lektion 8. Können Sie einen zuverlässigen Kurierdienst empfehlen? Hallo, Anna. Können Sie einen zuverlässigen Kurierdienst empfehlen, wenn es um Professionalität geht? Hallo, John. Absolut. Ich habe eine großartige Erfahrung mit Swift-Kurier-Services gemacht. Das ist toll zu wissen. Liefern Sie Pakete schnell aus? Ja, das sind Sie. Sie legen Wert auf termingerechte Lieferungen und haben eine gute Erfolgsbilanz. Ausgezeichnet. Wie steht es mit Ihrem Kundenservice? Sind Sie hilfreich? Ihr Kundenservice ist erstklassig. Sie reagieren und gehen auf alle Bedenken ein. Das ist wichtig. Ich möchte einen reibungslosen und zuverlässigen Lieferprozess sicherstellen. Swift-Kurier-Services hat den Ruf, zuverlässig und professionell zu sein. Perfekt. Ich werde Sie auf jeden Fall bei meiner nächsten Lieferung ausprobieren. Ich bin sicher, du wirst nicht enttäuscht sein, John. Sie sind eine vertrauenswürdige Wahl. Ein Hoch auf Professionalität und reibungslose Lieferungen. Prost, John. Sorgen wir dafür, dass unsere Pakete sicher und pünktlich ankommen. Absolut, Anna. Auf zuverlässige Kurierdienste. Lektion 9. Wir sollten das Wort verbreiten und mehr Kunden gewinnen. Hallo, Anna. Da wir jetzt Rabatte anbieten, was ist mit Marketing? Hallo, John. Wir sollten es weitersagen und mehr Kunden gewinnen. Irgendwelche Ideen, wie wir unsere vergünstigten Angebote effektiv vermarkten können? Wir können damit beginnen, sie auf Social-Media-Plattformen zu bewerben. Guter Punkt. Soziale Medien erreichen heutzutage ein breites Publikum. Wir können auch E-Mail-Newsletter an unsere Bestandskunden versenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, sie auf dem Laufenden zu halten und zu engagieren. Darüber hinaus können wir mit Influencern zusammenarbeiten, um für unsere Rabatte zu werben. Influencer-Marketing kann unsere Reichweite und Sichtbarkeit definitiv steigern. Und vergessen wir nicht die traditionellen Methoden wie Flyer und lokale Werbung. Du hast recht. Manche Leute reagieren immer noch gut auf diese Methoden. Der Schlüssel liegt in einem Multi-Channel-Marketing-Ansatz für maximale Wirkung. Absolut. Lassen Sie uns einen Marketingplan erstellen, der alle Grundlagen abdeckt. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Bewerbung unserer Rabatte und zur Gewinnung neuer Kunden. Prost, Anna. Lassen Sie uns unsere Angebote vermarkten und auf dem Markt für Furore sorgen. Absolut, John. Auf effektive Marketingstrategien. Lektion 10. Lass uns ein paar nahehafte Optionen brainstormen. Hallo, Anna. Lassen Sie uns einige nahehafte Optionen für unsere bevorstehende Veranstaltung zusammenstellen. Hallo, John. Das klingt großartig. Ich freue mich darauf, ein gesundes Menü zu planen. Wir sollten eine Vielzahl von frischem Obst und Gemüse hinzufügen. Absolut. Bunte Salate und Gemüseplatten werden ein Hit sein. Was ist mit mageren Proteinoptionen wie gegrilltem Hühnchen oder Fisch? Tolle Idee. Wir können auch vegetarische und vegane Gerichte anbieten. Vergessen wir nicht Vollkornprodukte wie Quinoa oder braunen Reis. Definitiv. Sie fügen dem Menü ein gesundes und sättigendes Element hinzu. Und für Getränke können wir aufgegossenes Wasser und Kräutertiss anbieten. Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel. Diese Optionen werden unsere Gäste auf dem Laufenden halten. Ich freue mich darauf, dass unsere Gäste diese nahhaften Optionen genießen. Ich auch, John. Es ist wichtig, Ihrem Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Prost auf eine leckere und gesunde Veranstaltung. Prost, John. Machen wir diese Veranstaltung nahhaft und unvergesslich. Absolut, Anna. Auf ein erfolgreiches und fruchtbares Treffen. Lektion 11. Warum organisieren wir kein multikulturelles Potluck? Hallo, Anna. Ich dachte, warum organisieren wir nicht ein multikulturelles Potluck? Hallo, John. Das ist eine gute Idee. Das wäre eine großartige Möglichkeit, eine Mischung von Kulturen zu erleben. Wir können jeden einladen, ein Gericht aus seinem kulturellen Hintergrund mitzubringen. Das wäre fantastisch. Wir werden ein abwechslungsreiches und köstliches Angebot haben. Wir können die Menschen ermutigen, auch die Geschichten hinter ihren Gerichten zu teilen. Absolut. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, etwas über verschiedene Traditionen zu lernen. Und wir können einige lustige Aktivitäten anbieten, die verschiedene Kulturen vorstellen. Vielleicht eine Tanzperformance oder eine Musikplaylist mit internationalen Liedern. Das klingt unterhaltsam. Wir können eine lebendige und integrative Atmosphäre schaffen. Wir sollten den Veranstaltungsort auch mit Elementen aus verschiedenen Kulturen dekorieren. Gut gedacht. Es wird das allgemeine Ambiente verbessern und es noch eindringlicher machen. Ich freue mich auf dieses multikulturelle Potluck. Es wird unglaublich sein. Ich auch, Anna. Es ist eine großartige Gelegenheit, Vielfalt und Einheit zu feiern. Prost, verschiedene Kulturen kennenzulernen und köstliches Essen zu genießen. Prost, Anna. Lasst uns ein unvergessliches multikulturelles Potluck veranstalten. Absolut, John. Auf eine bereichernde und geschmackvolle Veranstaltung. Lektion 12. Was hältst du davon, eine Dankes-Mail zu schicken? Hallo, Anna. Was hältst du davon, innerhalb von 24 Stunden eine Dankes-Mail zu schicken, wenn es um Follow-ups nach dem Interview geht? Hallo, John. Das ist eine tolle Idee. Das zeugt von Wertschätzung und Professionalität. Genau. Es ist eine höfliche Geste, die einen positiven Eindruck hinterlässt. In der E-Mail können wir uns für die Gelegenheit bedanken und unser Interesse an der Position bekräftigen. Das ist wichtig. Das erinnert den Interviewer an unseren Enthusiasmus. Wir können auch etwas Bestimmtes aus dem Interview erwähnen, das uns aufgefallen ist. Durch die Personalisierung der E-Mail wird sie wirkungsvoller und einträgsamer. Und vergessen Sie nicht, sorgfältig zu korrigieren, bevor Sie auf Senden kicken. Guter Punkt. Wir möchten sicherstellen, dass es fehlerfreu und gut geschrieben ist. Es ist auch eine gute Idee, die E-Mail kurz und bündig zu halten. Das Senden einer Dankes-Mail innerhalb von 24 Stunden zeugt von Schnelligkeit und Eifer. Ein Hoch auf die Etikette nach dem Interview und darauf, sich von der Konkurrenz abzuheben. Prost, John. Lassen Sie uns mit unseren Dankes-E-Mails einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Lektion 13. Irgendwelche Tipps, um motiviert zu bleiben? Hallo, Anna. Das ist eine gute Einstellung. Irgendwelche Tipps, um motiviert zu bleiben? Hallo, John. Ein Tipp ist, klare und erreichbare Ziele zu setzen. Das ergibt Sinn. Ziele geben uns etwas, auf das wir hinarbeiten können. Es kann auch helfen, große Ziele in kleinere, überschaubare Aufgaben aufzuteilen. Auf diese Weise können wir unsere Fortschritte verfolgen und dabei motiviert bleiben. Ein weiterer Tipp ist, kleine Siege zu feiern und uns selbst zu belohnen. Das macht Spaß, motiviert zu bleiben. Gönnen Sie uns eine gut gemachte Arbeit. Es hilft auch, uns mit positiven und unterstützenden Menschen zu umgeben. Stimmt. Ihre Ermutigung und Energie können uns motivieren. Es ist auch wichtig, Pausen einzulegen und bei Bedarf neue Energie zu tanken. Absolut. Ausruhen und Verjungen können Burnout vorbeugen. Schließlich kann es die Motivation steigern, sich von anderen oder von Erfolgsgeschichten inspirieren zu lassen. Das ist eine tolle Idee. Sich von anderen inspirieren zu lassen, kann unseren eigenen Antrieb beflügeln. Prost. Motiviert zu bleiben und unsere Ziele zu erreichen. Prost, Anna. Lasst uns die Motivation am Leben erhalten und neue Höhen erreichen. Absolut. John. Auf eine motivierte und erfolgreiche Reise. Lektion 14. Warst du schon in dem neuen Kaffee an der Ecke? Hallo, Anna. Warst du schon in dem neuen Kaffee an der Ecke? Oh, was servieren Sie dort? Hallo, John. Ja, ich war dort. Sie servieren eine Auswahl an köstlichem Gebäck und Kaffee. Gebäck und Kaffee? Ich bin dabei. Welche Art von Gebäck haben Sie? Sie haben Croissants, Muffins, Gebäck und sogar einige Kuchenspezialitäten. Lecker! Ich liebe ein gutes Croissant. Haben Sie irgendwelche einzigartigen Aromen? Ja, das tun Sie. Sie haben auch Mandelcroissants und mit Schokolade gefüllte Croissants. Das klingt himmlisch. Und was ist mit Ihrem Kaffee? Ist es gut? Ihr Kaffee ist ausgezeichnet. Sie haben eine Auswahl an Getränken auf Espressobasis und gebrühtem Kaffee. Ich kann einer guten Tasse Kaffee nicht widerstehen. Bieten Sie irgendwelche Spezialgetränke an? Absolut! Sie haben Lattes, Capuccinus und sogar einige einzigartige saisonale Aromen. Ich werde mir auf jeden Fall das Kaffee an der Ecke ansehen. Es klingt fantastisch. Du wirst nicht enttäuscht sein, John. Es ist ein gemütlicher Ort mit köstlichen Leckereien. Prost! Neue Kaffees zu entdecken und leckeres Gebäck zu genießen. Prost, John! Gönnen wir uns bald Kaffee und Gebäck. Absolut, Anna! Wir wünschen uns, unser Verlangen zu stillen und gute Gesellschaft zu genießen. Lektion 15. Wie werden wir den Erfolg dieser Kampagne messen? Hallo, Anna! Wie werden wir den Erfolg dieser Kampagne messen? Wir werden uns auf die Steigerung der Marke konzentrieren. Hallo, John! Eine Möglichkeit, den Erfolg zu messen, besteht darin, die Steigerung der Markenbekanntheit zu verfolgen. Das ist ein gutes Argument. Wir möchten, dass mehr Menschen unsere Marke erkennen und sich daran erinnern. Wir können auch den Webseiten-Traffic überwachen und analysieren, ob er während der Kampagne zugenommen hat. Absolut! Mehr Traffic bedeutet mehr Interesse und Engagement. Eine weitere zu berücksichtigende Kennzahl ist das Engagement in den sozialen Medien und das Follower-Wachstum. Stimmt! Wenn unsere Kampagne bei den Menschen Anklang findet, sollten wir einen Anstieg der Interaktionen sehen. Vergessen wir nicht, die Anzahl der generierten Leads oder Konversions zu messen. Das ist entscheidend. Letztlich wollen wir, dass die Kampagne zu greifbaren Ergebnissen führt. Und Kundenfeedback und Zufriedenheitsumfragen können ebenfalls wertvolle Erkenntnisse liefern. Gut gedacht! Wenn wir unseren Kunden zuhören, können wir die Wirkung unserer Kampagne einschätzen. Ein Hoch auf die Erfolgsmessung und das Erreichen unserer Kampagnenziele. Prost, Anna! Lassen Sie uns unsere Fortschritte verfolgen und diese Kampagne zum Erfolg führen. Absolut, John! Auf eine erfolgreiche und wirkungsvolle Kampagne! Lektion 16. Danke, dass du den Vertrag durchgesehen hast. Hallo, Anna! Danke für die Überprüfung des Vertrags. Du bist willkommen! Hallo, John! Überhaupt kein Problem! Ich glaube, unsere Bedingungen sind fair und für beide Seiten vorteilhaft. Das ist toll zu hören! Es ist wichtig sicherzustellen, dass beide Parteien zufrieden sind. Absolut! Eine faire Vereinbarung legt den Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft. Wir haben hart daran gearbeitet, Bedingungen zu schaffen, von denen wir und unsere Kunden profitieren. Das ist wahr! Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden, das für alle Beteiligten funktioniert. Wir möchten, dass sich unsere Kunden in unserer Partnerschaft geschätzt und sicher fühlen. Und wir möchten ihnen qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Unterstützung bieten. Ein Hoch auf faire und für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehungen. Prost, John! Lassen Sie uns weiterhin Win-Win-Situationen für alle Beteiligten schaffen. Absolut, Anna! Auf erfolgreiche und harmonische Partnerschaften! Lektion 17. Lass uns einkaufen gehen! Hallo, Anna! Lass uns einkaufen gehen! Wir sollten mit Grundnahrungsmitteln wie Brot, Milch und Eiern beginnen! Hallo, John! Gute Idee! Das sind wichtige Dinge, die wir immer brauchen! Wir können uns auch frisches Obst und Gemüse holen, während wir dort sind. Absolut! Es ist wichtig, sich ausgewogen und nahrhaft zu ernähren. Vergessen Sie nicht, Snacks wie Chips oder Kekse für ein wenig Genuss zu sich zu nehmen. Stimmt! Es ist schön, während der Zwischenmahlzeit ein paar Leckereien zu haben. Lassen Sie uns nicht die wichtigsten Dinge in der Speisekammer wie Pasta, Reis und Konserven übersehen. Richtig! Sie sind praktisch, wenn wir eine schnelle und einfache Mahlzeit brauchen. Und wir dürfen nicht vergessen, Gewürze und Würzmittel zu verwenden, um unseren Gerichten Geschmack zu verleihen. Definitiv! Sie machen einen großen Unterschied darin, den Geschmack unserer Mahlzeiten zu verbessern. Prost auf einen erfolgreichen Einkaufsbummel und eine gut ausgestattete Küche! Prost, John! Sorgen wir dafür, dass wir alles haben, was wir für leckere Mahlzeiten brauchen. Absolut, Anna! Auf leckeres Essen und glückliche Bäuche! Lektion 18. Ich denke darüber nach, mir ein paar neue Schuhe zuzulegen. Nur die normalen, nichts Besonderes! Hallo John! Ich verstehe es. Einfache und praktische Schuhe sind immer eine gute Wahl. Genau! Ich möchte etwas Bequemes und strapazierfähiges für den Alltag. Hast du über Sneaker oder Slipper nachgedacht? Sie sind vielseitig und lassen sich leicht mit verschiedenen Outfits kombinieren. Sneakers klingen toll. Ich kann sie mit Jeans oder sogar Shorts tragen. Das ist eine gute Idee. Sie sind lässig und perfekt für einen entspannten Stil. Haben Sie Markenempfehlungen? Nun, ich habe gute Dinge über Marken wie Nike, Adidas und New Balance gehört. Die klingen zuverlässig. Ich werde sie mir ansehen und sehen, welche mir gefallen. Vergessen Sie nicht, sie anzuprobieren und sicherzustellen, dass sie gut passen. Natürlich! Komfort ist der Schlüssel, wenn es um Schuhe geht. Prost! Das perfekte Paar regulärer, unkomplizierter Schuhe gefunden zu haben. Prost, Anna! Auf bequemes und stilvolles Schuhwerk! Absolut, John! Mögest du bequem und modisch gehen. Lektion 19. Ich habe ein Jobangebot erhalten. Hallo, Anna! Ich habe ein Jobangebot erhalten. Nehmen Sie sich Zeit und überprüfen Sie das Angebot sorgfältig. Hallo, John! Das sind großartige Neuigkeiten. Es ist wichtig, alle Aspekte zu berücksichtigen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Absolut! Schauen Sie sich das Gehalt, die Leistungen und die Wachstumschancen an. Vergessen Sie nicht, auch die Work-Life-Balance und die Unternehmenskultur zu überprüfen. Guter Punkt! Wir wollen sicherstellen, dass es unseren Werten und Prioritäten entspricht. Nehmen Sie sich Zeit, um die Vor- und Nachteile der Annahme des Angebots zu analysieren. Und zögern Sie nicht, Fragen zu stellen oder bei Bedarf weitere Informationen einzuholen. Es ist wichtig, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die sich für Sie richtig anfühlt. Prost! Das Angebot sorgfältig zu prüfen und eine sichere Wahl zu treffen. Prost, John! Finden Sie die perfekte Gelegenheit, die zu Ihnen passt. Absolut, Anna! Mögen Sie mit Bedacht wählen und in Ihrer Karriere Erfolg haben. Lektion 20. Hast du jemals darüber nachgedacht, was uns alle verbindet? Hallo, Anna! Hast du jemals darüber nachgedacht, was uns alle verbindet? Hallo, John! Ja, ich glaube, es ist unsere gemeinsame Menschlichkeit und unsere gemeinsamen Gefühle. Das ist wahr! Wir alle erleben Freude, Traurigkeit, Liebe und Angst. Und wir alle haben Träume, Sehnsüchte und den Wunsch nach Glück. Auch wenn wir unterschiedliche Hintergründe haben, verbinden uns diese Gemeinsamkeiten. Absolut! Wir alle wollen verstanden, akzeptiert und geschätzt werden. Lachen ist eine weitere universelle Sprache, die uns alle verbindet. Es ist wahr! Ein gutes Lachen kann Menschen zusammenbringen und kulturelle Unterschiede überbrücken. Und vergessen wir nicht unseren gemeinsamen Planeten Erde. Wir sind alle dafür verantwortlich, uns darum zu kümmern. Du hast recht! Wir haben die kollektive Pflicht, unsere Umwelt zu schützen und zu bewahren. Ein Hoch auf die Dinge, die uns alle verbinden und uns menschlich machen. Prost, John! Auf unsere gemeinsamen Erfahrungen und die Bande, die uns verbinden. Absolut, Anna! Mögen wir auf unserer Reise immer Verbindung und Verständnis finden. Lektion 21 Ich möchte meine Sprachkenntnisse verbessern. Hallo, Anna! Ich möchte meine Sprachkenntnisse verbessern. Ich denke, ich werde Sprachunterricht nehmen und mit Muttersprachlern üben. Hallo, John! Das ist eine tolle Idee. Sprachkurse können eine strukturierte Lernumgebung bieten. Absolut! Es ist wichtig, Grammatik und Wortschatz richtig zu lernen. Das Üben mit Muttersprachlern hilft Ihnen dabei, Ihre Aussprache und Sprachkompetenz zu verbessern. Das ist es, was ich anstrebe. Das Eintauchen in die Sprache ist der Schlüssel. Sie können auch Sprachaustauschprogramme ausprobieren oder Sprachpartner finden, mit denen Sie üben können. Das klingt lustig. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, neue Freunde zu finden. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Es ist ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Beim Lernen geht es darum, Risiken einzugehen und Herausforderungen anzunehmen. Prost auf deine Sprachlernreise, John! Prost, Anna! Auf die Erweiterung meines sprachlichen Horizonts! Absolut, John! Mögest du ein Meister der Sprachen werden? Lektion 22 Ich habe beschlossen, einige Lektionen zu nehmen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Hallo, Anna! Ich habe beschlossen, einige Lektionen zu nehmen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist klug, oder? Hallo, John! Absolut! Unterricht zu nehmen wird dir definitiv helfen, schneller voranzukommen. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten strukturiert zu erlernen und weiterzuentwickeln. Es ist ein großartiger Ansatz. Der Unterricht bietet Orientierung und hilft Ihnen dabei, ein solides Fundament zu schaffen. Es ist von unschätzbarem Wert, einen Lehrer zu haben, der Feedback gibt und Fehler korrigiert. Definitiv! Sie können Einblicke und Tipps geben, um Ihr Lernen zu beschleunigen. Ich freue mich darauf, das Gelernte zu üben und die Ergebnisse zu sehen. Konsequentes Üben ist entscheidend. Es verstärkt das, was Sie gelernt haben, und verbessert Ihre Fähigkeiten. Und es ist immer hilfreich, jemanden zum Üben zu haben, zum Beispiel Sprachaustauschpartner. Stimmt! Die Interaktion mit anderen in der Sprache wird Ihre Sprachkenntnisse verbessern. Prost auf einen klugen Ansatz und schnelle Fortschritte! Prost, John! Auf Deine Sprachreise und das Erreichen neuer Höhen! Absolut, Anna! Möge ich in kürzester Zeit ein Sprachmeister werden! Lektion 23 Ich muss ein Kleid für eine Party finden Hallo, Anna! Ich muss ein Kleid für eine Party finden. Irgendwelche Ideen? Hallo, John! Wie wäre es mit einem klassischen kleinen schwarzen Kleid? Es ist immer eine sichere und stilvolle Wahl. Das klingt gut. Was ist nun mit Accessoires, um den Look zu vervollständigen? Sie können eine auffällige Heizkette oder elegante Ohrringe für einen Hauch von Glamour hinzufügen. Tolle Vorschläge! Wie wäre es mit einer Klatsch oder einer kleinen Handtasche? Ja, eine Klatsch oder eine schicke Handtasche passen perfekt zum Kleid. Soll ich mich für hohe oder flache Schuhe entscheiden? Das hängt von Ihrem Komfortniveau ab. Absätze können für Raffinesse sorgen, aber flache Schuhe bieten mehr Funktionalität. Dann entscheide ich mich für ein bequemes Paar absetze. Irgendwelche anderen Zubehörvorschläge? Wie wäre es mit einem stylischen Gürtel oder einem modischen Hut für etwas Flair? Exzellente Idee! Ich suche nach einem Gürtel oder einem Hut, um das Outfit aufzuwerten. Prost, das perfekte Kleid und die perfekten Accessoires für die Party zu finden. Prost, Anna! Auf ein gutes Aussehen und eine tolle Zeit! Absolut, John! Mögest du der bestgekleidete Gast auf der Party sein? Lektion 24 Ich bin heute einkaufen gegangen. Hallo, Anna! Ich war heute einkaufen und habe festgestellt, dass Grün und Gelb weit verbreitet sind. Hattest du Gelegenheit, welche anzuprobieren? Hallo, John! Ja, habe ich. Ich habe ein grünes Kleid und ein gelbes Top anprobiert. Sie waren beide lebendig und auffällig. Das klingt cool. Haben die Farben gut zu dir gepasst? Ich glaube schon. Grün brachte meine Augen zum Vorschein und Gelb gab mir ein frisches und fröhliches Aussehen. Nett! Es ist toll, mit verschiedenen Farben zu experimentieren und herauszufinden, was für sie am besten funktioniert. Absolut! Bei Mode geht es darum, uns auszudrücken und uns selbstbewusst zu fühlen. Hast du am Ende etwas in Grün oder Gelb gekauft? Ich konnte dem grünen Kleid nicht widerstehen. Es ist perfekt für besondere Anlässe. Das ist großartig! Ich bin mir sicher, dass du es rocken wirst. Ich werde auch nach grünen und gelben Optionen Ausschau halten. Ein Hoch auf die farbenfrohe Modeauswahl und das Verlassen unserer Komfortzonen. Prost, Anna! Darauf, kräftige Farben anzunehmen und ein Statement abzugeben. Absolut, John! Mögen wir hell leuchten wie ein grün-gelber Regenbogen. Lektion 25 Ich habe in letzter Zeit mit Kochen experimentiert. Hallo, Anna! Ich habe in letzter Zeit mit Kochen experimentiert und frische Kräuter zu verwenden klingt köstlich. Wir sollten es irgendwann zusammen versuchen. Hallo, John! Das klingt nach einer lustigen Idee. Das Kochen mit frischen Kräutern kann den Geschmack von Gerichten wirklich verbessern. Absolut! Ich habe gehört, dass Kräuter wie Basilikum, Rosmarin und Thymian großartige Optionen sind. Das sind sie in der Tat. Jedes Kraut verleiht einem Rezept sein einzigartiges Aroma und seinen einzigartigen Geschmack. Ich freue mich besonders darauf, hausgemachtes Pesto mit frischem Basilikum zuzubereiten. Lecker! Pesto ist köstlich und vielseitig. Es passt gut zu Pasta, Brot und sogar als Brotaufstrich. Wir sollten einen Kochtag einplanen und mit verschiedenen Kräutergerichten experimentieren. Ich bin dabei! Es wird ein herrliches kulinarisches Abenteuer. Ein Hoch auf unsere zukünftige Kochextravaganz mit Kräutern! Prost, John! Auf aromatische und köstliche Kreationen! Absolut, Anna! Mögen unsere Geschmacksknospen vor Freude tanzen! Lektion 26 Es ist eine ziemlich lange Reise. Hallo, Anna! Ich plane eine Reise und es ist eine ziemlich lange Reise, aber ich bin mir sicher, dass sie sich lohnen wird. Wie wäre es mit Unterkünften? Hallo, John! Das klingt aufregend! Bei Unterkünften können Sie Hotels, Hostels oder sogar Ferienwohnungen in Betracht ziehen. Ich tendiere zu einer Ferienwohnung. Es bietet mehr Platz und eine gemütliche Atmosphäre. Gute Wahl! Ferienwohnungen können ein einzigartiges und komfortables Erlebnis bieten. Irgendwelche Tipps zur Suche nach der perfekten Ferienwohnung? Suchen Sie nach seriösen Websites oder Plattformen, die eine große Auswahl an Mietangeboten anbieten. Lesen Sie Bewertungen und vergleichen Sie Preise. Das ergibt Sinn. Ich werde einige Nachforschungen anstellen und die beste Option innerhalb meines Budgets finden. Vergessen Sie nicht, auch den Standort zu überprüfen. Es sollte praktisch und in der Nähe der Orte sein, die Sie besuchen möchten. Absolut! Barrierefreiheit ist wichtig für eine reibungslose und angenehme Reise. Prost! Die perfekte Unterkunft zu finden und eine fantastische Reise zu haben. Prost, Anna! Auf komfortable Aufenthalte und unvergessliche Abenteuer! Absolut, John! Möge deine Reise voller wunderbarer Erinnerungen sein! Lektion 28 Was machst du zum Spaß? Hallo, Anna! Das ist interessant! Was machst du zum Spaß? Hallo, John! Zum Spaß male ich gerne und spiele Fußball. Malen klingt künstlerisch. Welche Art von Bildern kreierst du? Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Stilen, aber Landschaften und abstrakte Kunst sind meine Favoriten. Das ist cool! Ich finde, dass Malen eine großartige Möglichkeit ist, sich auszudrücken. Absolut! Es ist ein wunderbares Ventil für Kreativität und Entspannung. Und was ist mit Fußball? Bist du Teil einer Mannschaft oder spielst du beiläufig? Ich spiele beiläufig mit Freunden. Es macht Spaß, aktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben. Fußball ist ein fantastischer Sport. Hast du irgendwelche Lieblingspositionen oder Tricks? Ich spiele gerne als Mittelfeldspieler und übe gerne Dribbling und Schießfähigkeiten. Das ist beeindruckend! Vielleicht können wir eines Tages ein freundschaftliches Gemälde und ein Fußballspiel veranstalten. Das klingt nach einer einzigartigen Kombination. Ich bin bereit für die Herausforderung. Prost auf schöne Hobbys und das Annehmen unserer Leidenschaften! Prost, John! Auf Kreativität auf Leinwand und Ziele auf dem Spielfeld! Absolut, Anna! Mögen wir weiter mit Begeisterung malen und punkten! Lektion 29 Er erzählte Geschichten über die traditionellen Fangtechniken Hallo, Anna! Ich habe heute einen alten Fischer getroffen, der mir Geschichten über die traditionellen Fangtechniken erzählt hat. Es klingt, als hätte er eine bereichernde Erfahrung gemacht. Hallo, John! Absolut! Es ist faszinierend, etwas über traditionelle Techniken zu lernen und Geschichten von erfahrenen Fischern zu hören. Hat er irgendwelche einzigartigen oder interessanten Fangmethoden erwähnt? Ja, er erwähnte die Verwendung von handgefertigten Netzen und Fallen sowie Techniken, die über Generationen weitergegeben wurden. Das ist unglaublich! Es ist toll, traditionelle Praktiken zu bewahren und zu schätzen. Definitiv! Es hilft uns, unser kulturelles Erbe zu verstehen und uns mit ihm zu verbinden. Hat er irgendwelche unvergesslichen oder lustigen Angelgeschichten erzählt? Er hat es getan. Einmal fing er einen Fisch, der so groß war, dass er ihn ins Wasser zog. Es war ein ziemlich lustiger Anblick. Das muss ein ziemliches Abenteuer gewesen sein. Solche Geschichten zu hören muss unterhaltsam gewesen sein. Das war es in der Tat. Ich habe es sehr genossen, seinen Geschichten zuzuwöhren und aus seinen Erfahrungen zu lernen. Prost, interessante Menschen kennenzulernen und einzigartige Traditionen zu entdecken. Prost, John! Auf die Übernahme kultureller Weisheit und die Pflege unvergesslicher Geschichten. Absolut, Anna! Mögen wir weiterhin lernen und den Reichtum unserer Welt schätzen. Lektion 30 Genießen Sie Ihre Reise und erleben Sie einen reibungslosen Geldwechsel. Hallo, Anna! Genießen Sie Ihre Reise und haben Sie einen reibungslosen Geldwechsel. Hallo, John! Es war mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Danke für deine freundlichen Worte. Ich freue mich sehr auf die Reise. Irgendwelche Tipps für einen reibungslosen Geldwechsel? Natürlich! Vergleichen Sie zunächst die Wechselkurse, um das beste Angebot zu erhalten. Erwägen Sie auch, vor Ihrer Abreise etwas Geld umzutauschen. Das ist eine gute Idee. Es ist immer praktisch, bei der Ankunft etwas Landeswährung dabei zu haben. Seien Sie vorsichtig bei hohen Gebühren und Provisionen. Suchen Sie nach seriösen Wechselstuben oder Banken. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ich möchte auf Reisen das Beste aus meinem Geld machen. Beachten Sie abschließend den aktuellen Wechselkurs und behalten Sie etwaige Schwankungen im Auge. Danke für den wertvollen Rat, Anna. Ich sorge für einen reibungslosen Geldwechsel. Du bist willkommen, John. Genießen Sie Ihre Reise und haben Sie eine fantastische Zeit, um neue Orte zu erkunden. Danke, Anna. Ich freue mich über Ihre Unterstützung. Ich sorge für eine unvergessliche Reise. Absolut, John. Sichere Reisen und schaffe unvergessliche Erinnerungen. Lektion 30 Wir haben in letzter Zeit über Geschäftsstrategien gesprochen. Hallo, Anna. Wir haben in letzter Zeit über Geschäftsstrategien gesprochen. Klingt nach einem soliden Plan. Wie stellen Sie sich das Wachstum und die Expansion Ihres Unternehmens vor? Hallo, John. Ich sehe, wie mein Geschäft expandiert, indem ich neue Märkte erschließe und innovative Produkte einführe. Das ist ehrgeizig. Haben Sie bestimmte Märkte im Sinn? Ich plane, internationale Märkte anzusprechen, insbesondere in Schwellenländern. Das ist ein kluger Schachzug. In diesen Märkten gibt es viel Wachstumspotenzial. Absolut. Ich glaube, dass es weltweit eine Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen gibt. Wie wäre es mit der Erweiterung Ihres Teams? Hast du irgendwelche Pläne dafür? Ja, wenn das Unternehmen wächst, werde ich talentierte Mitarbeiter einstellen, die zu seinem Erfolg beitragen können. Das ist wichtig. Ein starkes Team ist entscheidend für nachhaltiges Wachstum. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Zusammenarbeit und Fachwissen sind der Schlüssel zur Erreichung unserer Ziele. Ein Hoch auf das zukünftige Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens. Prost, John. Darauf, neue Höhen zu erreichen und positive Auswirkungen zu erzielen. Absolut, Anna. Möge Ihr Geschäft gedeihen und Ihnen große Zufriedenheit bringen. Lektion 32. Was brauchen wir noch? Hallo, Anna. Ich gehe später einkaufen. Lass uns die auch abholen. Hallo, John. Tolle Idee. Was müssen wir noch besorgen? Wir sollten uns etwas Obst, Gemüse und Brot holen. Hört sich gut an. Müssen wir spezielle Taschen oder Behälter mitbringen? Ja, es wäre toll, wenn wir wiederverwendbare Taschen für ein umweltfreundlicheres Einkaufserlebnis mitbringen würden. Absolut. Sorgen wir dafür, dass wir unseren Plastikmüll reduzieren. Ich bringe auch eine Einkaufsliste mit, damit wir nichts vergessen. Das ist klug. Das wird uns helfen, organisiert und effizient zu bleiben. In Ordnung. Treffen wir uns im Supermarkt und meistern wir unsere Einkaufsmission. Ich bin bereit. Holen wir uns alles, was wir brauchen und erleben wir ein lustiges Einkaufsabenteuer. Prost auf einen erfolgreichen Einkaufsbummel und gesunde Entscheidungen. Prost, John. Auf frische Produkte und nachhaltige Einkaufspraktiken. Absolut, Anna. Mögen wir schlau einkaufen und leckere Mahlzeiten zubereiten. Lektion 32. Ich habe geübt, Gitarre zu spielen. Hallo, Anna. Ich habe geübt, Gitarre zu spielen. Was denkst du? Hallo, John. Das ist großartig. Ihr Fortschritt ist beeindruckend. Danke. Ich habe hart daran gearbeitet. Du bist willkommen. Denk dran, Übung macht den Meister. Absolut. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiter üben. Das ist der Geist. Beharrlichkeit ist der Schlüssel zur Beherrschung jeder Fähigkeit. Danke für die Ermutigung. Ich werde weiter vorankommen. Viel Glück. John. Ich glaube an deine musikalische Reise. Danke, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Ein Hoch auf die Kraft der Praxis und des Erfolgs von Großem. Prost, Anna. Auf kontinuierliche Verbesserung und musikalisch Triumphe. Absolut. Das ist eine tolle Idee. Notieren wir uns alles, was wir erreichen müssen. Zuerst müssen wir Lebensmittel für die Woche kaufen. Richtig. Wir müssen auch ein Geburtstagsgeschenk für Sarah abholen. Oh, und vergessen Sie nicht, einen Termin mit dem Zahnarzt zu vereinbaren. Absolut. Und wir sollten das Haus putzen, bevor unsere Gäste ankommen. Wir sollten das Öl des Autos überprüfen und es auftanken lassen. Das ist wichtig. Okay, lassen Sie uns unsere Liste überprüfen. Lebensmittel, Geburtstagsgeschenk, Zahnarzttermin, Hausreinigung und Autowartung. Perfekt. Mit dieser Liste werden wir nichts verpassen. Prost, organisiert zu bleiben und Dinge zu erledigen. Prost, John. Auf einen produktiven und erfolgreichen Tag. Absolut, Anna. Mögen wir unsere Aufgaben mit Leichtigkeit und Effizienz erledigen. Lektion 34, ich habe die Präsentation für unser bevorstehendes Treffen vorbereitet. Hallo, Anna. Ich habe die Präsentation für unser bevorstehendes Treffen vorbereitet. Hallo, John. Das ist großartig. Ich habe alle notwendigen Dokumente und Daten gesammelt. Perfekt. Es scheint, als ob wir auf ein erfolgreiches Treffen gut vorbereitet sind. Absolut. Mit unserer Vorbereitung können wir unsere Ideen selbstbewusst präsentieren. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Unsere harte Arbeit wird sich auszahlen. Definitiv. Wir haben uns Mühe gegeben und jetzt ist es an der Zeit, zu glänzen. Stellen wir sicher, dass wir früh ankommen und alles im Wohaus einrichten. Gute Idee. Organisiert zu sein wird einen positiven Eindruck hinterlassen. Wir haben das, Anna. Wir werden das Treffen gemeinsam meistern. Ich glaube an uns, John. Wir werden eine starke Wirkung erzielen. Ein Hoch auf unsere Vorbereitung und ein fruchtbares Treffen. Prost, John. Auf Erfolg und darauf einen Unterschied zu machen. Absolut, Anna. Möge unsere Präsentation fesselnd und überzeugend sein. Lektion 35 – Telearbeit hat ihre Vorteile. Hallo, Anna. Telearbeit hat ihre Vorteile, kann aber zu Gefühlen der Isolation führen. Hallo, John. Das ist wahr. Sie verpassen Interaktionen im Büro und persönliche Kontakte. Genau. Chats am Wasserspender und Geplänke in der Mittagspause können verpasst werden, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten. Es ist wichtig, Wege zu finden, um in Verbindung zu bleiben und ein Gefühl der Kameradschaft aufrecht zu erhalten. Virtuelle Teambesprechungen und Tools für die Online-Zusammenarbeit können helfen, diese Lücke zu schließen. Und regelmäßige Gespräche mit Kollegen können auch das Zugehörigkeitsgefühl fördern. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Unabhängigkeit und sozialer Verbundenheit zu finden. Absolut. Der Aufbau virtueller Beziehungen und die Teilnahme an Teamaktivitäten können helfen. Prost, sich an die Telearbeit anzupassen und ein unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Prost, John. Darauf, trotz der Entfernung in Verbindung zu bleiben und erfolgreich zu sein. Absolut, Anna. Mögen wir auch in virtuellen Räumen Verbindung und Kameradschaft finden. Lektion 36 Ich habe unseren Urlaub geplant. Hallo, Anna. Ich habe unseren Urlaub geplant. Fangen wir mit ein paar Tagen in San Jose an. Hallo, John. Klingt nach einer guten Idee. Nach San Jose sollten wir nach Manuel Antonio fahren. Perfekt. Ich habe gehört, dass es eine wunderschöne Küstenregion mit atemberaubenden Stränden und Wildtieren ist. Das klingt unglaublich. Und was ist unser letztes Ziel nach Manuel Antonio? Wie wäre es, unsere Reise in Monteverde zu beenden? Es ist bekannt für seine Nebelwälder und abenteuerlichen Aktivitäten. Das klingt nach einer aufregenden Art, unseren Urlaub abzuschließen. Ich stimme zu. Wir werden eine Mischung aus Stadterkundung, Strandentspannung und Naturabenteuern haben. Prost auf einen gut geplanten und unvergesslichen Urlaub. Prost, Anna. Auf geht's, das Beste von Costa Rica zu erleben. Absolut, John. Möge unsere Reise voller unglaublicher Erinnerungen sein. Lektion 37 Wir haben eine große Pizza zum Teilen. Hallo, Anna. Wir haben eine große Pizza zum Teilen. Das ist ein berechtigtes Argument. Was schlägst du vor? Hallo, John. Wie wäre es, es in vier gleiche Scheiben zu teilen? Das ist eine tolle Idee. Das sorgt für Fairness und erleichtert die Handhabung. Außerdem wird es einfacher sein, die Portionen zu verwalten und Unstimmigkeiten zu vermeiden. Absolut. Vier Scheiben für uns beide klingt nach einem fairen und zufriedenstellenden Plan. Wir können jeweils zwei Scheiben genießen und eine ausgewogene Mahlzeit zu uns nehmen. Ein Hoch auf eine faire Pizza-Verteilung und glückliche Bäuche. Prost, John. Auf leckere Pizza und gute Gesellschaft. Absolut, Anna. Mögen unsere Pizza-Abenteuer immer fair und unterhaltsam sein. Lektion 38 – Der Abgabetermin für das Projekt steht vor der Tür. Hallo, Anna. Wir haben bald eine Frist für das Projekt. Lassen Sie uns den Zeitplan besprechen. Irgendwelche Vorschläge? Hallo, John. Ich denke, wir sollten eine schnelle Lieferung anstreben, um unsere Kunden zu beeindrucken. Das ist ein großartiger Punkt. Wir möchten exzellenten Service bieten und Ihre Erwartungen erfüllen. Ich schlage vor, dass wir die Aufgaben aufschlüsseln und jeweils spezifische Termine festlegen. Gute Idee. Es wird uns helfen, organisiert zu bleiben und eine rechtzeitige Fertigstellung sicherzustellen. Wir sollten auch mögliche Hindernisse oder unerwartete Verzögerungen berücksichtigen. Absolut. Durch die Nutzung der Pufferzeit können wir alle auftretenden Probleme lösen. Lassen Sie uns effektiv kommunizieren und zusammenarbeiten, um auf Kurs zu bleiben. Prost auf einen gut geplanten Zeitplan und einen erfolgreichen Projektabschluss. Prost, John. Auf das Einhalten von Terminen und das Übertreffen der Erwartungen. Absolut, Anna. Mögen unsere Teamarbeit und Effizienz zu einer gut gemachten Arbeit führen. Lektion 39 – Bist du ein Morgenmensch? Hallo, Anna. Bist du ein Morgenmensch? Hallo, John. Nicht wirklich. Ich habe Mühe, früh aufzustehen. Ich spüre dich. Der Morgen kann manchmal hart sein. Ja, ich brauche ein Panikerchen, bevor ich voll funktionsfähig bin. Mir geht es genauso. Ich brauche eine Weile, um in den Groove zu kommen. Ich wünschte, ich könnte einer dieser energischen Morgenmenschen sein. Ich auch, aber wir haben alle unsere eigenen Rhythmen und Vorlieben. Stimmt. Ich schätze, abends sind wir produktiver und lebendiger. Genau. Nachtschwärmer haben auch ihre eigenen Vorteile. Prost, unsere inneren Nachtschwärmer zu umarmen und das Beste daraus zu machen. Prost, Anna. Auf Kreativität und Produktivität bis spät in die Nacht. Absolut, John. Mögen wir hell leuchten, auch wenn die Sonne untergeht. Lektion 40 – Ich habe an meinem Zeitplan gearbeitet. Hallo, Anna. Ich habe an meinem Zeitplan gearbeitet. Ich habe versucht, jede Nacht mindestens sieben bis acht Stunden zu schlafen. Hallo, John. Das ist großartig. Ausreichend Schlaf ist wichtig für unser Wohlbefinden. Absolut. Es hilft mir, mich erfrischt und bereit zu fühlen, den Tag anzugehen. Es ist gut, dass Sie Ruhe priorisieren. Schlafmangel kann unsere Produktivität beeinträchtigen. Ich habe einen positiven Unterschied bemerkt, seit ich angefangen habe, mich auf meinen Schlafrhythmus zu konzentrieren. Das ist wunderbar. Ein guter Schlaf kann einen großen Unterschied in unserer allgemeinen Gesundheit bewirken. Prost, dem Schlaf Priorität einzuräumen und unsere Batterien wieder aufzuladen. Prost, John. Auf erholsame Nächte und energiegeladene Morgen. Absolut, Anna. Mögen unser Schlaf tief und unsere Tage produktiv sein.